Ist oben das Loch offen? Ne, ist es nicht offen? Nein, ist es zu. Gott sei Dank. Ja, ich habe meine Lektion gelernt. Ähm, okay, pass auf, ich mache mal die Betten weg. Oh, die Betten haben jetzt halt einen anderen Sound. Die Witterkatze, treibt die noch hier ihr Unwesen? Da sind Diamanten. Oder ist die mittlerweile despawned? Die ist mittlerweile anscheinend gedespawnd. So, die ersten Diamanten haben wir schon mal. Ja, das sind sechs, drei, vier, sechs Stück. Machen wir mal einen Platz frei. So. Nimm die Diamanten mit, du Beklopter. Und alles auf außer Diamanten. Geil. Das ist die richtige Arbeitseinstellung. Jetzt haben wir schon mal sechs. Ich habe aber gleich keine Spitzhacke mehr. So, zack. Wir haben hier... Also, wir haben hier eine Spitzhacke gebringt. Aber ich kann hier auch mehrere bringen. Willst du eine bestimmte, oder? Ne, halt eine Eisen, die ist gar nicht weg. Ich habe nicht keiner mehr, sie sind nicht die Eisen. Ja, ich kann dir Steinspitzhacken geben. Ich habe nämlich noch welche. Ja, dann machst du es. Ich brauche aber nur Eisen, weil die ist gar nicht kaputt. Ich mache dir dann, ich mache dir eine Pseudo-Eisenspitzhacke. Kann ich mal tun. Äh... Was wäre denn hier? War das sogar auch hier? Dann bin ich jetzt einfach von der anderen Seite da... Einzücken? Okay. Ne, kann nicht sein. So, da habe ich mal die Iron Ore Berries aufgestellt. Die könnte man nämlich da auch schön benutzen. Doch, ich bin von der anderen Seite hier. Ja, geil. So, zapp, 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 machen wir mal das rein. Zapp, zapp, machen wir mal das rein. Wie geil ist das denn? Das rein. Kann man die eigentlich benutzen? Wie kann man die benutzen? Ach, die kann man so benutzen. Die muss man gar nicht schmelzen. Alright, meine Freunde. So, ich hoffe wirklich, dass man den Ventilator da nicht irgendwie hört. Das wäre nämlich echt scheiße. So, wir machen Marcel mal eine Pseudo-Eisenspitzhacke aus diesem grünem Zeug hier. Nein, unter dem Diamant. Okay, da ist nichts drin. Okay. Also die Dinger hier, die haben halt, ähm... Haben die mehr. Die hat 250, die hat 512. Also das Ding hat mehr Haltbarkeit als eine Eisenspitzhacke. Und hat den Mining-Level von einer Eisenspitzhacke. Also diese Diamanten hier, die sind eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Daraus kann man sich auch schön eine Rüstung machen, die auch besser ist als eine Eisenrüstung. Was ich gerade mal in Erwägung ziehe, wenn ich auf Enderman-Jagd gehe. Du gehst jetzt, oder was? Ja, ich bring dir vorher noch den Wassereimer. Fackeln, ich hab keine Fackeln mehr. Bring ich dir auch noch Ding. DEDe-DEDEDE-DEDEDE-DEDE-DEDEDE-VON DEN BLAUEN Z FERGEN KOMMENT... Nee, was? Scheiße, jetzt hab ich so viele gemacht. Egal. Das war für... Lass ist der Mann. Jaja. ja ja feile nehme ich mit den bogen habe ich auch für den fall dafür ja ich würde dann auch mal sagen das dreckszeug da kann weg das nimmt nur platz immer dass ich jetzt hier die folge beenden werde weg 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 hier noch gerade mal hier guck was hier so ist so schön essen okay dann sage ich mal ich hoffe die folge hat euch gefallen und dann bis zum nächsten mal tschüss tschüss sag ich auch mal tschüss wobei es ja bei mir weiter geht okay gut und dann mache ich gleich weiter dann mache ich mal selber vielleicht guten brauchst du unbedingt rüstung ja im moment nicht so kann man sich keine rüstung aus steinen machen also fange ich weiter an ja ja okay dann mach ich weiter und der ja bei dir geht es ja sowieso weiter ne ja 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 hallo herzlich willkommen zu let's play minecraft infinity und in der öle und wir suchen weiter diamanten was sagt immer noch nicht 14 gefunden ich bin enttäuscht nur 10 jetzt müssen die andere richtung hatte ich komme du bist du mein freund da unten bist du ich habe auch nicht alles mitgenommen das ist jetzt noch mal warum muss ich ihn jetzt wussten letztens war ich ganz krank ich hatte houston ich war so krank dass mir ein besorgter pfarrer zur bibel riet wussten sie jetzt brauche ich kann eine mail ich hab kein blatt mal bei mir ich muss ja sachen gehen kann ich das jetzt wegschmeißen eigentlich auf einmal so geht das nicht es geht nur wenn du es unten im inventar ist irgendwie weiß ich auch nicht eigentlich sollte es gehen wenn du es mit dem mauszeiger an drückt gut dann gib mir mal dein stuff dann gehe ich wieder hoch hier ich gebe dir hier noch die ding und hier hast du noch spitzhacken das kann da ja morgens geil ich habe diamanten bekommen dann schmeißen wir auch mal einher für das achievement ich habe nichts bekommen gibt es hier überhaupt schon hier diamants to you throw diamants at another player so eigentlich gehen und jetzt mich auch noch niesen was hier kaputt das muss auch noch niesen es gibt es ja nicht man kann man nur so ein schlechter let's player sein nein das ist das was ich bin ja sowieso der beste ich bin ja nur zehnmal gestorben das ist einmal gestorben ja wie oft bin ich gestorben ich guck mal in die statistiken wo stehen das mob skillet killer players killet 0 devs stehen hier ein gut dass das sind ja eigentlich gerade um gott sind ja schon weit der mit stecken mob skillet nur darf stehen hier irgendwie nicht nur gut und ich habe einmal das spiel verlassen krass minuten gespielt 1,53 stunden minuten gespielt vor allem minuten alles klar items droppet ja keine ahnung gesamttode stehen hier nicht drin ich finde übrigens den ausgang nicht mehr wie immer wie könnte es anders sein musste hier irgendwo hochgehen wieder das doch der hohen punkte muss dahin hochgehen du bist muss den gang bis zum ende laufen bis ganz zum schluss in diesen gang wo du gerade drin bist wo ich auch drin bin die musste bis zum schluss laufen dann kommt zu einer höhle wo auch lava ist und da musst du dann rechts irgendwo in den gang zurücklaufen wieder anderen wie kompliziert da ist die höhle mit lava da ist gold obwohl gold brauchen war ja und das noch mal ein gang ja na den gang ich das abbauen kann ich abbauen all right all right meine freunde der voll fette amerikaner hier amerikaner ich kann das gar nicht ich bin kein amerikaner nachmachen haudi meine freunde da draußen ja haudi kohle war ab jetzt komm schon verruß mittel da geht ja schon mal so ein paar leute kaputt haben ja leute kaputt haben ist eigentlich immer gar ich brauche noch ein gutes schwert jetzt werde ich fast mit dem normalen schwert hier ich baue hier eine sache ab und dann kommt die nächste sache wahrscheinlich das gibt es doch nicht so dass hier noch mitnehmen weil die roten dinger hier die roten ich sag mal die roten keine ahnung wie heißen die dinger die rubine die kann man nämlich auch benutzen um rüstung zu machen und die ist genauso gut wie diese grünen rubine also wisst ihr bescheid für den anfang sind die dinger echt ganz geil also ich muss sagen project red habt ihr alles richtig gemacht kann man sich auch wieder ein project key table machen der berühmte project key table wir kennen ihn alle ist nicht project red auch eine entwicklerstudio das konnte ich jetzt gar nicht mal so genau sagen weil die entwickler von der witcher heißen zum gefächten gleich glaube ich weiß es gerade gar nicht was das wäre doch magenrechtsverletzung oder irgendwas ich glaube cd red oder so ich keine ahnung aber ich muss wieder nach oben klettern war es total nervig ist und aus irgendeinem grund habe ich wollen bisschen in die richtung wahrscheinlich nicht warum ich wolle warum ich das hingeschmissen das hast du nur von mir das glaube ich dass ich das von dir habe das ist mir angewohne immer ein bisschen wolle dabei ich mache kisten nur dass das wisst weil ich richtig abgehoben bin mit meinem grindstone hier mache ich sogar gleich mal direkt hier eisenkisten da staunen wir als eisenkisten ist er bekloppt diamante so muss dort noch mehr diamanten so muss dort auch kommen wir haben die ja auch noch auf den kopf dann dann das waren jetzt wieder fünf also jetzt haben wir 15 geht zurück meinte ich nehme alles mit das hier weg das hier weg dass das 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 haben die grüne hier die hält länger als die eisenspitzsack oder was ja die hat 512 durability und eine eisenspitzsack 250 schon was gut ist das kann kann weg das hier kann weg und jetzt jetzt fragt er sich wieso ich jetzt hier schiff drückt jetzt kann ich sehen was ich damit abbauen kann also ob ich jetzt hier mit der apple abbauen kann ich die daumen kundi habe ich habe das jetzt nicht so bescheuert gemacht ich wollte halt nicht dass es da die ganze zeit steht weil wenn ich jetzt das hier drückt dann steht ja noch mehr und wenn ich jetzt bei einem bei irgendeinem blog drauf guck wo noch sehr viele andere informationen angezeigt werden dann wird es halt die ganze zeit angezeigt wenn man darauf guckt und dann ist der ganze bildschirm voll und das will keiner und wenn dann kann man so wieder in der goldohr haben wir schon mal verdoppelt geilo matico so zack 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 so dann mache ich mir noch eine hose aus diesen roten dingen ich meine ist ja scheißegal wie es aussieht da draußen tut sich irgendwas protection 6 protection 3 protection 6 protection 3 okay gut die ruby Leggings ist so gut wie die eisen ding das hat 3 und das hat 3 okay gut naja hey yo was ist da draußen jetzt los man ich hab Fenster offen hört man vielleicht kann ich hör gar nix na dann ist gut aber ich muss mein Fenster offen weil es ist sonst es ist einfach zu krass hier drin weil ich so ein krasser youtuber würde ich einfach sagen hier mal hier zappzarr ab klimaanlage aber ist leider nicht denn soll ab ist gucken wie ich da rausbekommen hoffentlich viel das nicht das nicht ein ruby schwert und noch ein ruby schwert macht attack dead 7 und ein irons wird macht attack dead damage 6 also das macht ein herz ein halbes herz mehr schaden des ruby schwert deswegen ist es eigentlich ganz gut wir haben zu essen dabei dann würde ich mal sagen wir gehen raus auf die wilde jagd aber erst wenn es nacht ist es ist noch nicht nacht aber ich glaube es wird nacht ich glaube es wird nacht ich mach mal hier wieder den gang zu ich glaube es wird noch nicht nacht wir gucken auf die watch aber wir haben gerade mal mittag krass das war gerade eigentlich zwei meter immer größer ist übrigens ein guter trick wenn ihr wissen wollt wie spät es ist einfach hier nach watch suchen dann nein nein du machst mir nix du machst mir nix lieber du könnt ihr da so ein bisschen hau ab ich gehe mal rüber ins npc dorf ja ich weiß dass da drüben npc dorf ist es tut mir leid dass ich da schon mal war ich bin eine schande auf der minimac drauf oder gehst du gerade auf ein anderes wenn man sie oben am strand ist ein das führt dann kann man ja mal mitnehmen brauchen wir nämlich gleich okay warte mal ich geh mal rüber vielleicht finden wir da ja eine Schmiede, das würde ich sehr begrüßen. Kannst du nicht mitnehmen, was ist hier los? Wo meinst denn du eigentlich? Da oben am Strand, meinst du da oben im Norden? Ja. Okay. Ja, da ist doch eins. Ähm, ich mach mal hier ein paar Kühe kaputt gerade. Da oben haben wir auch genug. Wow, wie es schon wieder geleckt hat, nur weil ich einen Mob angreife. Ich verstehe es nicht. Bei der Server musst du ja erst die Daten von dem Mob senden, damit du den angreifen kannst. Ja, wahrscheinlich. Die Schafe würde ich auch gerne scheren, denn wir brauchen... Ich hab die Schafe dabei, Scheiße. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, weil wir brauchen zwei Emeralds für den Autospaarner und zwei Emeralds können wir uns ja einfach easyxp atraden. Wenn da einer ist, der das verkramt. Ja, zur Not. Ich hab ja schon gesagt, ich mach die Kühe platt, vielleicht ist ein Metzger da, der Fleisch käuft. Wir gucken mal. Wir gehen jetzt einfach mal Richtung Norden. Da oben sehen wir schon auf der Minikarte, dass... Ich wollte jetzt eigentlich da auch noch das Alp. Ah, wie... Da kommt hier nicht aus einer Mine raus. Immer ist irgendwo was. Krank, ne? So, da hinten haben wir noch Zuckerrohr. Das werde ich mir mal gleich mit snacken. Was war das? In dem Fall... Oh, da geht es auch noch weiter. Da ist noch mehr Eisen. Ich will jetzt nicht liegen lassen. Ne, Eisen liegen lassen wir echt dumm. Weil Eisen ist wichtig. Für uns auch weiteres vorankommen. Oh, hier ist... Hier ist Essensnachschub für uns. Ach, hat das verletzt, wie geht's? Oh, die haben hier eine Smelterry. Nice. Beziehungsweise nicht eine Smelterry, aber so eine Arzt-Smelterry. Also es ist keine fertige Smelterry, aber es sind schon mal Blöcke dafür. Das heißt, wir müssen schon mal weniger Blöcke farmen dafür. Das ist ein bisschen in der Richtung. So. Guten Tag, der Herr. Du machst Pfeile. Das will ich nicht. Was machst du? Du willst... Guck, Fisch für Emeralds. Das ist okay. Bücher für Emeralds. Das ist auch okay. Du machst Dinger zu Kekse. Du handelst mit Bienen. Das will kein Mensch. Das kann ich nicht mitnehmen. So. So, mehr Bücher. Ey, wie viele Bücher hier sind auf einmal? Slimeball. Ein Apfel. Komm schon, hier muss irgendwo ein guter Villager sein, der ganz einfach mal jetzt hat ein paar Sachen traded. Komm schon. Ich meine, es ist eh noch nicht Nacht. Das heißt, bis jetzt halt verlieren wir noch nichts. Der will... Er will Porkchop und ich schlag Kühe kaputt. Du bist so ein Arsch. Ganz ehrlich, du bist ein Arsch. Gut, zwölf Bücher wollte der andere haben. Das kann ich nicht mitnehmen. Wir machen mal ganz eben hier fixen ein paar Sachen kaputt. Ich hoffe, ich werde jetzt halt nicht niedergeschlachtet von diesen Beschützer-Villagern. Warum? Weil ich jetzt halt ein bisschen subzerab hier im Dorf mache. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ich baue hier einfach die Bücherregale ab und verkaufe sie dem Villager. Bücherregale. Ne, Bücher. Bücher. Wir brauchen ja zwei, ne? Ja, zwei Stück mehr. Da vorne war er noch. Der will gekochten Fisch haben. Das würde eventuell auch noch gehen. Eventuell, ja. So, ach, da ist noch mehr. Ich will jetzt hier raus. Mann, lass mich jetzt mal in Ruhe. So, ich gehe jetzt weg. Das Lapis wollte ich auch noch machen. Mal gucken, wie viel Lapis wir da rausbekommen. Wo ist denn der jetzt? Jetzt finde ich den nicht mehr, den Typen. War das da weiße hier hinten? Jawohl. So, ein Emerald haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir bloß noch ein paar Bücherregale, dann haben wir das. Was ist jetzt hier? 19 aus einem Lapis. Oha. Ich glaube, diese Beschützer Villager, die gibt es nur in dem, äh, in diesen anderen, da, in diesen Festungs, ähm, NPC davon. Nee, nicht nur. Es gibt ja welche, da ist, äh, einfach nur so ein Turm. Okay. Ja, gut, hier scheint es keine zu geben. Das soll mir recht sein. Ich gehe mal kurz darüber, mache die Kühe kaputt. Ich kann zwar das Fleisch nicht verkaufen, aber egal. Hauptsache, wir haben was zu beißen. Ich kann doch mal gucken. Nee, nee, was ist denn hier los? Ach, guck mal, ich habe deinen Hut gefunden, Marcel. Was ist das Schatz hier? Mein Hut? Diese komischen Augen. Ach so. Ja, mein Hut ist das jetzt nicht. Wenn du das halt beim letzten Mal gefunden hast, willst du eine haben? Dann lasse ich dir den Hut. Nee, 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 nee. So, okay. Ich meine, ich will die sowieso nicht diese Hüte, also. Ich brauche die nicht sammeln. Ich finde die dort irgendwann sowieso. Oh, hier vorne ist so ein Towncraft-Schrein. Ich kann mal da hingehen. Ist da alles safe? Anscheinend ja. Da ist so eine Note. Die stört mich allerdings nicht wirklich. Was soll hinten? Kann ich noch mitnehmen? Ach, noch ein bisschen. Ach, das ist es. Jetzt habe ich mir schon wohl gedacht, was da steht. Dahinten brennt der Wald ab übrigens. Da. Ja, so ein Fichtenwald, der brennt da einfach. Das sind wir auch eng. Na, das ist. Kann ich noch mitnehmen. Ich brauche noch ein paar Bücher. Schweine gibt es hier leider nicht. Da will ich noch ein paar Bücher haben. Und es wird Nacht. In Old Tucson. Und wir sind hier auf einer freien Fläche. Das heißt, die Chancen für Endermans stehen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich würde ganz gerne ein Ding enchanten. Ein Plünderungs-3-Schwert. Aber, ja, für den Advanced and Shining Table braucht man ja Scheiße, Dreck und, ja. Richtig unnötig. Was willst du haben? Du willst. Ach, nur jetzt weiß ich, was du dir gehst.